Es tut mir leid, Dennis Großheim, denn du bist hier nicht alleine. Ja, die Lisi hat der Kreuzmatrize richtig gelöst, aber dafür kannst du besser fenstern rückwärts. Aber mal gucken, was eigentlich hinter dem Fenster sich bewirkt. Ah, ich tue schön auf. Ups. Aber es gibt ja noch ein Einzelplätzchen. Ah, gucke doch. Supermeister, Supermeister, ey. Ah, ich tue slide. Ah, ich tue jetzt hier. Ja, 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 ja.